Wer ist das andere? Keine Ahnung. Das, was du da immer nimmst. Cuda. Ja, oder denkst. Wie heißt der andere Mist? Mr. Meep. Also wie? Oh, das ist der Supershader. Keine Ahnung, wie das heißt. Ich benutze eben halt gerade hier... Jokarpic 13 vor 500. Auf jeden Fall, jetzt ist der Baum schön ähm... ...elt, ne? Das werden wir uns ja gleich ansehen. Könnt ihr euch nicht beklagen. Und hauptsache jetzt, wo ich mal die Erde über die ganzen Kürbisdinger weggemacht habe, wachsen da nur noch Kürbisse. Gellier wollte jetzt darauf schauen, dass sich alle an die Serverregeln halten von der Webseite. Von wegen, es dürfen keine Baumfarmen-Dingsbums mit Blättern und so noch da behalten werden. Sondern bei jeder Baumfarmen müssen alle Bäume abgeholzt werden. Das geht nur darum, dass das nicht so krass scheiße aussieht. Ja, gut. Ich dachte mir nur so, der Baum ist bei Justin. Ja, aber wenn du den abholst, habe ich da nichts mit zu tun. Ja, gut. Ich dachte mir nur so, du machst den Schuss weg. So, liebe Leute, ich muss hier auf jeden Fall wieder weiterbauen. Ich drück mich schon seit drei, vier Folgen schon von dem ganzen... Ja. Achso. Bitte. Warum tust du es dann auch? Ich glaube, sowas sollte ich doch lieber off-screen machen. Also Leute, wenn ich es gar nicht machen sollte, dann mache ich es wahrscheinlich off-screen. Wie war das nochmal? Also ich und Dennis dürfen auch außerhalb von deiner Aufnahme noch weitermachen. Ja klar. Und ich darf dabei dann aufnehmen. Aber halt nicht aufnehmen. Ne, nicht aufnehmen, nur weiterer Spiel. Es sei denn, du tust nicht gerade Streamen, sondern aufnehmen. Aufnehmen ist... Ja, das ist noch in Ordnung, aber... Streamen, das sollten wir ja zusammen machen, wenn dann. Streamen, das machen wir ja zusammen. Das ist mir klar. Aber ich muss erstmal ein gescheites Streamprogramm finden. OBS. Ja, OBS ist scheiße. Schon gemerkt. Hm. Wenn man es falsch einstellt, dann ja. Ja, ich hab aber keinen Bock, das einzustellen. Ich will, dass das direkt schon funktioniert. Plug and play. Ja, das muss direkt funktionieren. Dann kauf dir eine PS4, oder? PS4 ist scheiße. Da kann man kein Minecraft spielen. Doch. Echt? Kann man da auch auf Server connecten? Nein. Das weiß ich jetzt nicht. Ja, auf Privat-Servern. Ja, das ist doch scheiße. Bildschirm. So. So. Und schon wieder ein Creeper-Monster. Ich glaub, das ist wirklich inzwischen schon so durch. Warum denn? Was hab ich denn gemacht? Slash-Eye-Torch. Ja, das Ding ist, ähm... Was ist jetzt zugeben, liebe Leute? Ich werde jetzt, um die Mine zu bauen, nicht länger zögern und mir Sachen, soweit es geht, cheaten. Nein, nicht cheaten. Doch, natürlich. Dennis, was machen wir denn da? Dann mach ich mir auch mal eben Slash-Eye-Torch. Dann hab ich auch wieder verkündet. Dann mach ich mir auch. Oh, dann geh ich in Game & 1. Das find ich doch so unfair. Okay, aber kein Game & 1. Das ist, das ist wirklich traurig. Das bei dir ist traurig. Warum denn? Hey Justin, wo kann ich hier noch so in Gebäude hinklatschen, wo ich das Portal rein knall? Einfach irgendwo im Wald. Ja, ich möchte schon irgendein Gebäude haben. Einfach irgendwo im Wald. Da muss ich erst tot wieder wegreißen. Ne, da vorne ist doch eine Stelle, dort wo auch der Fluss etwas weiter entlang geht. Zeug mal wo. Wenn du vor meinem Haus stehst, also aus meinem Haus rauskommst, gehst du gerade raus. Ja. Und dann rechts. Ja, dann ist ja links dein Gebäude so ungefähr kurz vorher rechts. Da geht es ja ein bisschen auf freie Fläche und dort kannst du es bauen. Da war mal freie Fläche, Justin. Ein bisschen weiter rechts ist noch freie Fläche. Ja, aber nicht viel, das reicht nicht. Ja? Sicher? Ne, das reicht nicht. Du hast ja schon wieder so ein Megaprojekthaus. Nein, nur ein kleines. Du hast doch schon mal... Nur ein kleines Megaprojekthaus. Ich habe ja schon dein richtiges Haus gesehen. Ganz klar. Ja, das war ja minimalistisch gehalten. Hat ja nur zwei Etagen diesmal. Was? Zwei Etagen plus Barterre. Und Keller, der kommt noch. Ja, hey, da geht eure Steuern hin. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe noch genug Geld hier auf den Zimmer. Ich glaube nicht. Ich meine, ich glaube, dass ich nicht will. habe. Nein, nur nicht. Du bist nur auf Platz 2. Du bist nur auf Platz 2. Ich bin ja eben nur auf Platz 2, schau. Darf gar nicht sein eigentlich hier als Server-Ona. Du bist nicht der Server-Ona. Doch natürlich. Ja, dir gehört der Server. Genau. Ich bin auch Ona. Ich bin Eigentümer und Besitzer. Gleichzeitig. Jetzt musst du aber bedenken, ich mache alles für den Server. Also... Gut, dann bist du jetzt vielleicht in dem Fall Besitzer vom Minecraft-Server. Also, Admin hier. Der erste Administrator. Admin hat leicht weniger als Ona. Zum Beispiel eigentlich keine Konsole. Also eigentlich müsste ich dann auch kurz sein. Im Endeffekt ist es doch genauso wie der Präsident und der Kanzler, ne? Ich würde sagen, der Kanzler ist der Admin. Und der, ähm, Präsident ist der Owner. Weil eigentlich... Ich weiß nicht, wie es in der Politik aussieht. Nö, alles scheiße. Alles scheiße. Auf jeden, auf jeden Fall ist das so. Wer ist der Admin, wer ist der Owner dort? Der, der, äh, Dings. Dennis, weißt du das? Ähm, das interessiert mich so sehr, dass ich in dem Fachzug bei der Filmfach. Also da gibt's dir richtig Mühe. Ich hab da eine 4 oder so. Der Kanzler kann eigentlich fast alles machen, ne? Aber nicht ohne den Präsidenten, ne? Also der Kanzler... Ja, wow, also braucht der ein oder den anderen, also... Eben, also Justin, du brauchst mich, sonst kannst du den Server vergessen eigentlich. Weiß nicht. Oder du brauchst mich? Dann würde ich, äh, hier meinen Laptop loswerden. Ich brauche ihn, damit er die ganzen Sachen macht. Und er braucht mich, damit ich ihm den Server zur Verfügung stelle praktisch. Ja, so wären wir beide Augenern. So, ne, ich... So, ne, ich... Ne, ne, du bist der, 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 der die Sachen umsetzt praktisch also. Halt dieses Geräusch, wenn die Spitzacke zerbricht. Fing! Toll! Ich habe noch einen einzigen Schlag auf der Eisenachst. Ich baue eine Fackel ab und das zieht keine Haltbarkeit ab. Was? Ja, das wär auch echt belastend, wenn die schon Haltbarkeit dafür erwecken würde. Früher war das eigentlich. Also ich wüsste, dass das... Nicht, dass das früher nicht war. Und ich halte mein Essen immer noch nicht in der Offend. Paul, sehr gefreut, dass du wieder da bist. Sicher. Ja, hat er sich gefreut. Sicher. Ich lass dich erstmal auf Steam blockiert. Okay, warum das? Es ist doch nur irgendwie... Weil das... Komm, lass dich nicht... Lass dich nicht von dem... von dem 14-jährigen verarschen. Na, ich hab einfach nur keinen Lust auf dem 40... 14-jährigen. Okay, das kann ich verstehen, aber... Trotz... Trotzdem, du lässt dich übelst von dem verarschen, als hätte der keinen Respekt vor dir. Ja. Und du sagst dann sowas. Ja. Max... Merkst du doch? Ne, das... Das... Das ist ja nicht nur so oder so. So... Ich hab keine... äh... kann keine Steine mehr einfallen. Komm mal toll. Was schmeiß ich denn weg? Komm den einen Weizen da. Und direkt 64 Steine rein. Komm dann als nächstes hinterher die ähm... Apfel. Wohl den Apfel kann ich... Den Apfel kann ich noch essen. Komm den Apfel, den esse ich jetzt noch, bevor ich den wegschmeiß. Was? Ach Dennis, brauchst du ja ne... so ne Hacke? Kann ihn ja danach. Kann ich ja... Was für ne Hacke? Ja. Oh ne, hab ich schon. Weil ich find die hier gerade so zufällig immer ne Truhen. So ein billig Ding aus Eisen hab ich gemacht. Ich hab hier noch Stein. Ne, mit Stein komm ich nicht mehr als einmal übers Feld. Und? Du kommst damit nicht mehr übers Feld. Nö. Gut, bei mir hat ein Ofen der an ist auf einmal keine Textur. Ach gut. Keil. Ey aber ich bin echt ganz froh, dass wir den Server nicht aufgegeben haben oder so. Weil... Ollen, der hat ja seinen Kanal gelöscht ne. Und ich schätze der bereut das auch irgendwann. Weil bei dem wird definitiv nix mehr kommen ne. Erstmal. Und für immer. Ne. Der gute Ollen-Strangen-LP ist für immer ausgestorben. Schön, dass du ihn aber wieder aufgreifst. Ja. Weil Hauptsache der Channel war schon gelöscht als er ähm zu mir gekommen ist. Von wegen Star Wars Play und so ne. Der hat ja mich gefragt. Und so nicht ich ihn. Und... Da hat er den Kanal schon gelöscht. Das find ich irgendwie richtig dumm. So, ich bin jetzt 12 und 28. Was er getan hat. Einmal noch Level 28. Alles so hell hier. Oh ... Guck! Guck! Ah. Das ist natürlich super spannend, die Mine zu machen. Liebe Zuschauer, das ist natürlich jetzt gerade super spannend für euch. Kann ich mir vorstellen. Aber ich will sie ja richtig machen, die Mine. Und wenn sie gemacht ist, dann kann ich auch gerne nach oben wieder weiter bauen. Hast du eigentlich hier Nether? Oder willst du nur am Haus? Ich baue gerade am Nether. Was, es gibt eine Nether-Welt? Noch nicht, für dich nicht. Achso. Es gibt generell keine, das heißt wir müssen Slash Narra eingeben. Ja, achso stimmt, die Welt muss man nehmen. Oh, die schluchte die Scheiße, die ist ausgeduscht. Leider. So, was schmeiße ich denn weg? Da möchte ich hier die... ...Dinger. Wo brauchst du denn jetzt das Gebäude? Guck doch einfach wo ich bin. Hm, ich seh dich nicht. Ach, dann bist du ganz schön inkompetent. Na, da sehe ich da gerade, ich seh da eine freie Fläche, sieh mal eine an. Alles klar. Ich hab doch kein Feuer, deswegen... Ach du hast kein Feuer? Nö. Kann ich machen. Sobald das... Ich hab das Essen in der Hoff... ...Off-Hand und vergesse immer... ...es immer wieder. Oh, ich hab ein Feuer. Jetzt. Hier. Entschuldigt. Ich hab das Gefühl. Vielen Dank.